Im Spitzen-Einzel dieser Fischtennis-Oberliga-Begegnung zwischen dem Kabellenführer Spottmann Förstbach und dem Fußballstein im schwarzen Trikot der Gästespieler Andreas Bein. Der war in seiner U18-Zeit, zumindest mit der Mannschaft. Damals, soweit ich weiß, mit Timo Boll unterwegs, also da gab es dann auch europäische Spitzenplätze im Team. Tomasz Kabaczynski, polnische Tischtennis-Legende, hat in der Vorrunde noch in der Mitte gespielt. Phänomenales Ergebnis, musste also zwangsläufig jetzt an die Spitzenposition rücken. Und die neunte Nummer eins, dann tue ich Frau Stern. Applaus 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 Sorge Applaus Vielen Dank. 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 Go. 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 Go.